damit auch ein herzliches willkommen zu einer neuen folge let's play outlas ja in der letzten folge ist mir ein kleines mischgeschick passiert da ist mir die folge futsch das habe ich euch ja auch erklärt und ja dann kamen die lümmelmänner auch auf mich zu und es war eine coole folge auch und jetzt bin ich gespannt wie es hier weitergeht ich glaube wir müssen hier unten durch kann das sein keine batterien aber wir haben ja noch genügend eigentlich da kommen wir wieder hier an batterie liegt ja hier keine wir haben aber auch genug von batterien soll sie drüber was war das ist hier was abgestürzt oder wie kann es mir einer sagen wenn es gut geht müssen wir jetzt wieder hochkommen ja wir kommen hier hoch und wir sind oben so jetzt sind wir wieder hier oben neue ziel finde vater martin verwaltungsblock ok die richtung geht es nicht also die ok rüberspringen und rüber was war das denn ich glaube die kamera ist schon verrückt kann es sein kann man hier nein kann man nicht ok dann gehen wir hier mal weiter wir sind also geradeaus gotts habe ich zurückgegangen hier kracht ja bald alles ein muss ich jetzt darüber springen ich versuche es mal ja gut muss ich jetzt hier runter springen oder weißt du sein ich versuche es mal ja tatsächlich oh hallo greife ich bloß nicht an sprich du ja japanisch oder wie oder ich vertraue dir nicht deswegen mache ich mal hier zu türe nein du sollst da man das ist eine dumme türe jetzt passt so jetzt hier unten durch da habe ich jetzt gerade erschrocken irgendwie sonst gehen wir mal gerade aus da bin ich jetzt gespannt was auf mich jetzt zukommt oh oh nein der dicke nein der dicke kommt wieder das ist jetzt nicht eure ernst oder nicht schon wieder der dicke obwohl er ist jetzt noch ganz weit hinten woher gehen wir lieber mal wieder zurück ich glaube dem wird es noch spannend wieso tut er das an was hat er gegen uns so jetzt hier lang woher 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 hier zurück wer kommt schon die kamera spinnt wieder woher geh weg du fett klopps nachladen ja husch nein andere richtung vielleicht sieht er mich da nicht mehr wieso kommst du hierher geh weg er geht weg sehr gut jetzt bin ich gespannt was der für den raum geht so er ist ganz weit hinten so wie es aussieht das wäre auf jeden fall unsere chance oh je wohin geht das jetzt die frage komm geh ganz weit hinten irgendwo aber lass mich in frieden er geht weg wo geht der jetzt hin irgendeine richtung muss er doch jetzt gehen komm dicke hau ab sehr gut so hier entlang und hopps ja wir haben es geschafft wir sind dem dicken entkommen so das wird jetzt nichts mehr nützen weil du kommst hier nicht mehr rauf boah mein herz schlägt aber ganz schön der sieht aber nicht so zufrieden aus und weg 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 oh da das tut mir aber leid da liegt aber ganz schön viel blut rum ersparen mal wieder so hier waren wir ja ganz am anfang konnte ich mich ja noch erinnern oh die musik jetzt eine kaputte kamera und eine akte und eine akte können wir da auch entlang können wir da auch entlang nein können wir nicht so wie es aussieht auch keine batterien mehr ja da kommen wir nicht entlang schön wär's gewesen hier ist es ja zugesperrt die kamera noch wieder ach da ist einer die 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 okay irgendwie kommen also nicht rein also ich soll im vater martin kommen und er lässt die tür einfach zugesperrt ja das war ich nicht schlaufen ihm Wir kommen hier rein Wir hören eine schöne Musik Mit einer Klavier Er spielt Ist mal was anderes als immer die grauenhafte Musik Können wir auch da hoch Schauen wir mal weiter Wir kommen hier entlang Nein, können wir nicht Schön wäre es gewesen, aber Jetzt muss ich schon wieder gleich nachladen Dann können wir hier hoch mal Wir sind oben Keine Batterie Müssen aber gleich nachladen So, und jetzt da Vorbei Wehe, das kracht jetzt ab Dann wird meine Kamera Erst recht kaputt sein So werde ich es jetzt mal vermuten Und Ja gut Jetzt bin ich hier runtergesprungen Über einen Weg zum Verstecken Mann, es war gerade so schön Wieso hörst du auf? Sein Gesicht sieht aus Als ob er uns jetzt fressen will Kommt jetzt da durch? Ich hoffe es ja bloß nicht Boah, die Musik jetzt wieder Mann, oh Mann Das hätte jetzt schön lassen können Die Musik Ah, sehr schön mal Was anderes zu hören Okay, jetzt müssen wir also hier durch Schätze ich Ist ja nicht da hinten Oh, lauter Leichen Aber ich glaube, da lade ich jetzt mal nach Ach Achso, jetzt Kamera wegnehmen Nein Jetzt Und jetzt